Wettbewerb mitgemacht über die elsässische Musik. Und Herr Bernard Ströber hat uns ein Arrangement geschrieben, das wir heute spielen möchten, mit vier Liedern aus dem 18. Jahrhundert. Gestern Abend, Der Ring, Du Bischmin, Der Tod von Basel. Und mit diesem Stück haben wir den ersten Preis bekommen. Applaus 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 Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020